Hi, ich bin Michael Fritz und zu Gast bei FC St. Pauli FM. Diesen Samstag habe ich die Chance zum ersten demokratisch gewählten Millionär bei der Millionärswahl gewählt zu werden und eine Million Euro für sauberes Trinkwasser und Viva Con Agua zu gewinnen. Nur damit ihr einen Vergleich habt, wir sammeln pro Saison bei euch im wunderschönen Millern-Tor-Stadion 30.000 Pfandbecher. Das heißt, wir müssen 30 Jahre sammeln, um auf die gleiche Summe, nämlich eine Million Euro zu kommen. Wir verwandeln eine Million Euro in sauberes Trinkwasser für 100.000 Menschen. Deswegen votet für mich, für Fritz, aber vor allem für Viva Con Agua und sauberes Trinkwasser. Diesen Samstag, 20.15 Uhr live, nur im Internet unter connect.brosiden.de für Viva Con Agua. Viva Con Agua würde es ohne den FC St. Pauli und die Fans des FC St. Pauli nicht geben. Deswegen sagen wir Danke im Namen von Viva Con Agua und sauberes Trinkwasser an FC St. Pauli. FC St. Pauli FM